Dabei ist Mertesacker, der seine Fersenverletzung ja in Angebot wurde, Werder per Mertesacker auch ziehen lassen, weil die Kassen... Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dem langen Ball auf den zweiten Pfosten, Mertesacker! Begeisterte Spiel jetzt im Wesersteiger, die Fans geben... Mit dem langen Ball auf den zweiten Pfosten, Mertesacker! Mit dem langen Ball auf den zweiten Pfosten und dessen, Amen. Amen.